Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich wieder an ein Dressorturnier. Und heute starten wir ein GA 940 und ein GA 043. Also im GA 940 darf man nur 50 Gewinnpunkte haben und das ist ein einfacheres Programm. Deswegen haben wir das Gefühl, dass wir dort vielleicht ein wenig mehr Chancen haben. Und im GA 940 haben wir dann auch wieder nicht so viele Chancen, weil es zählt auch zum ZKV-Championate. Aber wir haben nicht nur für eine Prüfung gewonnen, und im GA 3 ist gleich anschliessend, also haben wir das auch noch genannt. Und gestern Abend war ich noch im Dressortraining, also wir haben nicht super viel gemacht, aber einfach schön nochmal bei der Trainerin reiten und so. Und alles nochmal testen. Und der Lemmy ist wirklich einfach mega gut gelaufen. Also wenn er heute nur halb so gut geht, bin ich schon sehr sehr zufrieden. Aber ja. Und ich habe gestern Abend noch zöpfelt. Da war er auch erstaunlich ruhig. Und ich bin jetzt heute Morgen schon sehr früh im Stall gewesen. Und leider ist er mischt gelegen. Aber ich hoffe, dass es sauber wird bis zur Prüfung. Und jetzt gehen wir den Degel putzen und dann geht es ja schon los. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. Degel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020